Die hier mitgearbeitet haben, jetzt muss ich mal gucken, die hier intensiv mitgearbeitet haben, freuen uns wirklich, dass es heute sich dieses Projekt manifestiert mit der Übergabe dieser Förderzusage. Danke, herzlichen Dank dafür. Vier Jahre, fast vier Jahre, nicht ganz, haben wir daran gearbeitet und ich glaube, als wir angefangen haben, war uns noch nicht ganz bewusst, auf welchen doch längeren Weg wir uns begeben haben gemeinsam und um im Dickicht veränderter Fördermöglichkeiten, technologischer Unsicherheiten, langfristiger Kosten, Planungen und Kalkulationen und auch vor dem Hintergrund des gemeinsamen Anspruchs, der uns hier alle zusammenführt, des grünen Wasserstoffs, was wir hier für den Weg gehen müssen. Ich danke allen, die sich beteiligt haben in den Ministerien, in den verschiedenen beteiligten Ministerien nach den Fördermöglichkeiten und Wegen gesucht haben. Ich bedanke mich bei der NOW, wo wir mehrfach waren, wo auch versucht wurde, dann immer wieder neue Wege oder die veränderten Förderungen darzulegen. Aber auch Herrn Mintrup, ganz ehrlich, weil er nämlich es tatsächlich geschafft hat, in diesen nicht immer einfachen Zeiten dann auch nochmal alle irgendwie an einen Tisch zu bringen, wirklich an einen Tisch, um dann am Ende einen Weg und auch einen Förderweg und damit das Projekt zum Laufen gebracht haben. Dafür all den Beteiligten meinen, unser herzlichen Dank. Das gleichzeitig Verpflichtung ist natürlich jetzt auch, dieses Projekt umzusetzen. Und wir wollen damit mit einer 1 Million Liter Diesel einsparen im Jahr auf der dann vergrößerten Heidekrautbahn, die dann nur noch ausschließlich elektrisch betrieben wird, was 2.600 Tonnen CO2-Reduzierung im Jahr hier bedeutet in der Region. Ein wesentlicher regionaler Beitrag für die Herausforderung, die dem Verkehrssektor, und da denke ich jetzt nicht so sehr an die Eisenbahn, ja noch bevorsteht in der Minimierung des CO2-Emissionen. Und wir freuen uns, dass wir dann jedem bestehenden und neuen Fahrgast dann anbieten können, mit einem CO2-Mobilitätsfußabdruck von Null für diese Fahrt unterwegs zu sein. Und es bleibt sicher Aufgabe der Politik, da auch noch durch Setzung der Rahmenbedingungen weiter dafür zu sorgen, dass dieses Angebot dann auch wachsend angenommen wird. Wir jedenfalls auch als NEB und die Projektpartner werden alles Mögliche tun, um das zum Erfolg zu bringen. Dafür vielen Dank. Herr Mitrop, ich hatte es gesagt, Sie hätten ja tatsächlich dieses Projekt intensiv begleiten dürfen, also immer wieder nachgefragt, wie es geht und die verschiedenen Stakeholder, pardon, ist nicht so wichtig, immer wieder an den Tisch geholt, dann wenn es knirschte, wenn bestimmte gemeinsame Ideen oder einzelne Ideen nicht zum Tragen kamen, Projekt Fördermöglichkeiten, Sie haben das begleitet und auch gesehen, wie schwierig manche dem Vorlauf ist. Wir sind ja jetzt in der Phase und kommen jetzt in die Phase, wo wir uns tatsächlich mit den genehmigungstechnischen Themen befassen werden. Beschaffung und Genehmigung. Und es ist hier angesprochen worden auch, da gibt es doch in vielen Themen noch gar nicht so viel Erfahrung, weil weder diese Tankstellen noch so Elektrolyseuren bisher in Mengen gebaut worden sind. Und ich kann mir vorstellen, dass da das ein oder andere Problem oder Frage auch bei den Genehmigungsbehörden auf uns wartet. Ist es Aufgabe oder kann es auch Aufgabe des Gesetzgebers sein, in der Hinsicht vielleicht nochmal fördernd einzugreifen oder zu unterstützen, um hier Prozesse zügig voranzusetzen und nicht vor dem Hintergrund durchaus verständlicher, individueller Einzelbedenken dann zeitlich sehr zu verzögern vor dem Hintergrund auch des angesprochenen Gerichtsurteils und der Dringlichkeit der Energiewende? Ja, Herr Bröcker, ganz herzlichen Dank. Mein Vater war Eisenbahner, Schrankenwärter und ich bin Naturwissenschaftler, Biologe, also Klimaschützer quasi von Beruf aus. Insofern war das für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich so ein Projekt unterstützt habe. Und vollkommen klar ist, dass wir den Weg zur Defossilisierung gehen müssen. Wir sprechen von Defossilisierung überwiegend und dass wir eben nicht nur die Elektronen defossilisieren müssen, weil das, was wir bisher machen, ist ja eine Stromwende. Wir brauchen jetzt eine ganzheitliche Energiewende. Wir müssen die sogenannte Sektorenkopplung vorantreiben. Und dafür ist es richtig, muss der Stau aufgelöst werden. Und das ist im Augenblick eben noch nicht der Fall. Daran arbeiten wir sehr energisch und daran sehen Sie das auch schon. Also genau dieselbe Hartnäckigkeit, die ich an den Tag lege, um beim Klimaschutz voranzukommen. Ich war übrigens in Paris dabei. Das war meine erste Klimakonferenz und mit einer etwas inzwischen seit bekannteren Kollegin war ich dabei, als der Hammer fiel. Es ist natürlich genauso, dass ich jetzt aufpassen werde, dass die Gesetze, die wir machen, eben auch dazu führen, dass wir beim Klimaschutz vorankommen und dass die umweltfreundlichen Investitionen jetzt eben auch passieren. Also insofern bin ich nicht weg. Ich nehme das Ganze wahr, solange wie mein Mandat geht. Ich bewerte mich auch um eine Wiederaufstellung und ich bin da an Ihrer Seite und würde mich freuen, wenn ich dann bald regelmäßig mit Wasserstoffzügen, also mit Brennstoffzellenzügen hier fahren kann. Und noch ein kleiner Hinweis. Das sind ja auch elektrische Motoren. Und deswegen haben sie eben auch eine sehr hohe Effizienz, weil manchmal ist die Effizienzdebatte für mich sehr, ja, sozusagen verkürzt. Und vor allen Dingen nutzen wir auch Strom, der ansonsten abgeregelt würde. Und ich finde es absurd, dass wir über eine Milliarde pro Jahr für abgeregelten Strom ausgeben. Den können wir in der Sektorenkopf noch viel besser nutzen. Und ich bin weiter dabei. Danke für die Einladung und gutes Gelingen.